Guten Morgen, Roxanne. Morgen. Guten Morgen, Roxanne. Morgen. Gregory, es scheinen zwei Roxannes da zu sein. Und was jetzt? Roxanne? Ja? Es ist schlimm, Gregory. Wir werden Tests machen müssen, um zu schauen, wer die richtige Roxanne ist. Hm, hm. Nur die echte Roxanne wäre stark genug, um beim Armdrücken zu gewinnen. Freddy, das ist dämlich. Ah! Wölfe sind agil und landen immer auf ihren Füßen. Das heißt, nur die Ware kann ihr Gleichgewicht behalten. Auch wenn sie fällt, wird's schon okay. Was? So funktioniert das nicht, Kleiner? Momme, 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 momme. Wieso schreibt ihr das auf? Durch diesen gut durchdachten und überhaupt nicht spontanen Test konnten wir herausfinden, wer die falsche Roxanne ist. Und die Töcke steckt im Detail. Wie recht er doch hat, Roxanne. Oder sollte ich sagen... Bianca, die Arbeitstiermutter von der Bestseller Five Nights at Freddy's Novel Gummibärchen, Engel! Hm. Ihr habt mich ertappt. Aber freut euch nicht. Ich komme wieder. Nein, kommt sie nicht. Herzlichen Glückwunsch, Roxanne. Du bist offiziell unschuldig. Freddy, hast du meine Haarbrüste gesehen? Ihr habt mich nie gesehen! Willkommen zum zweiten Spiel. Ihr müsst erraten, welche Plattform aus starkem oder schwachem Material besteht. Ihr habt zwei Minuten, um die Brücke zu überqueren. Los! Dingeli-Dangli-Doo, das schaffen wir endo. Wie macht er das? Seht ihr, Freunde? Alles, was man machen muss, ist die zu nehmen, bei der man denkt, dass sie falsch ist. Das nennt man umgekehrte Psychometrie. Komm schon, welche, denkst du, ist die richtige? Äh, wartet. Ich weiß es. Das schwache Glas sollte sofort zerbrechen, wenn ich meine krassen Bars bei hohen Frequenzen droppe. Oh, Boris. Ich werde schon wieder gewinnen, Boris. Weißt du warum, Boris? Ich schwöre, wenn du deine Backen nicht hältst... Ich schummel werde, Boris. Der ist für dich, Kollege. Ah! Among Us, Among Us, Among Us, Among Us, Among Us, Among Us... Among Us! Irgendwer im Plan, was der Typ gerade gemeint hat? Nein, gar nicht. Momentchen, Leute, ich weiß, wie man sie unterscheidet. 1997 habe ich einen Glasmacherkurs geleitet. Wenn man das gehärtete Glas vom richtigen Winkel betrachtet, kann man den Unterschied der Reflexion... Sie haben sicher alle ne 6 Minus bekommen. Wir aber wissen ganz klar, was das Richtige ist. Oh, Poseidon, geht her mir Gnade! Oh! 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 Wirst du schon wütend, Monty? Natürlich nicht. Wenn du weiterhin solche Wutausbrüche hast, wird Officer Vanessa dich ersetzen müssen. Und das kann sich nun wirklich niemand von uns wünschen. Wie sagt man so schön ein bisschen? Pugt ist gut fürs Blut. Willst du, kleiner Scheißer, jetzt mal endlich damit aufhören? Ich höre ihm, die noch jetzt wäschen die Rippen. Monty, das ist nicht der Sinn dieses Vorhabens. Versuch mal anstupsen. Monty, reiß dich zusammen. Monty? Wie fühlst du dich? Ich habe Frieden gefunden. Ihr habt mich erleuchtet, junger Freddy. Bursche. Namaste. Du kleiner H*** hat mein kleiner Ziel. Ich sterbe gerade, heilige Sch***. Freddy, was ist... Gregory, nein! Ah! Alles klar, Mädels! Ich war so frei und habe alles aufgeschrieben, was wir heute Abend machen werden. Dazu zählen natürlich auch die Badezimmerpausen. Schon wieder? Warum bist du eigentlich diejenige, die andauernd die Übernachtungen diktiert? Nun, Präsidentin des dummen Fragen-Clubs, es ist meine auferlegte Pflicht, uns Frauen durch die allnächtlichen Eskapaden zu führen, wenn wir uns treffen, denn das kann nur die heißeste unter uns. Also, wenn das die Regeln sind, dann bin ich mal so frei und entlaste deine rostigen Hände ein wenig. Denn das kann nur eine Teufelsreie wie ich. Ha! Wusste ich doch, dass ihr alle blind seid. Ich wette, ihr habt noch nie einen so heißen Zombie wie mich gesehen. Pfff, ich habe hübschere Leichen gesehen. Männer sind Frauen in Uniform ausgeliefert. Wenn du im Duden nachsiehst, was heiß bedeutet, findest du mich. Monika, das ist dein Telefonbuch. Aber egal, ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass ich die heißeste unserer Truppe bin. Du bist buchstäblich ein Huhn. Was du nicht sagst! Ich weiß ja nicht, Leute, aber ich bin schon ziemlich heiß. Ich frage mich, was die Frauen wohl so machen. Ich wette mit dir, sie machen etwas Langweiliges und Kitschiges, wie sie schminken oder sie spielen Flaschen. Wie haben die Mädchen einen besseren Männerabend als wir? Kann ich euch noch etwas Tee anbieten? Aber sicher doch, Darling! Du bist tot, Junge! Behalt die ekligen Dinger bei dir! Eklig? Du denkst, meine Fingernägel sind eklig? Gregory, das war sehr unfreundlich. Sie wollte mich umbringen! Und grün ist nicht ihre Farbe. Er hat recht! Ich bin hässlich und eklig und grün! Roxanne, du bist nicht eklig. Du bist im besten Zustand und online bist du ein Fanliebling. Du hast recht! Ich meine, schau mich an! Wundervolles Haar, perfektes Gesicht. Ich bin die Beste! Pfff, als ob! Oh mein Gott, er hat recht! Ich bin widerlich! Schau dir diesen Metallhaufen nochmal an! Bin ich ein Wolf oder ein Leopard? Du bist kein Leopard, Roxanne! Leoparden haben Punkte, du hast Streifen! Wie recht du doch hast! Ich habe Streifen! Das macht mich einzigartig! Einzigartig ist nur ein anderes Wort für komisch! Gregory! Du bist nicht komisch, Roxanne! Du hast Style, wie ein wichtiger Rockstar! Ja, ich habe Style! Als ob du wüsstest, was Style bedeutet! Gregory, du trägst Kaki-Hosen und ein T-Shirt! Oh, und dann deine Schuhe! Was soll das überhaupt sein? Wer zieht sich freiwillig so an? Wer will denn bitte mit der Farbe Beige in Verbindung gebracht werden? War das zu viel? Oh mein Gott! Wer will denn bitte mit der Farbe Beige in Verbindung gebracht werden? Weißt du, du solltest beim Abwischen mal endlich die andere Hand benutzen! Oh Mannos! Oh mein Gott! Schau! Eine Among Us! Von dem Hit-Videospiel! Among Us! Schau, da ist noch einer! Hier ist sogar noch einer! Nicht zu fassen, diese Among Us sind überall! Oder Amongi? Among Us? Wie auch immer! Krass! Unglaublich, dass Among Us wirklich existiert! Ja, genau wie der Weihnachtsmann! Ja, so in Wirklichkeit ist es eigentlich immer! Imposte Mach Piep! Hä? Du hättest sagen sollen! Na! Was ist es? Imposte Mach Ma Piep! Was? Among Us! Among Us! Among Us! Among Us! Korrekt, euer Ehren! Mein guter alter Freund Freddy ist der Imposter! Was? Der Imposter? Ich bin nicht der Imposter! Er ist wahrscheinlich der verdammte Imposter! Hört mal, hört mal, meine kleinen bodenförmigen Brüder! Was? Ich bin nicht der Imposter! Was? Hör! Hör! Amogus! 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 Ihr verarscht mich doch! Lutscher! Wartet, wartet mal, Leute! Ich bin doch hier! Ich steck doch an seine Verdammten-Dreckig dran! Wenn ihr mir helfen, und ihr heißt doch eure Visierer! Hör! 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 Hey, wir sind Roboter! Luft brauchen wir doch gar nicht! Ha! Wir müssen uns keine Sorgen machen! Doch, ich glaube, das müssen wir. Hör! Bei deines Auge! Seid gegrüßt, Fespier und Freunde! Die Formalitäten sind ja nett, aber... Wer bist du und warum hängt ihr von der Decke? Ich bin... Euer größter Fan! Ich bin süchtig! Na, Five Nights at Freddy's! Es ist mein Traum, euch zu treffen! Warte, warte, warte! Mach deine Nase wirklich! Sie macht es! Lass uns gehen, du Verquatte! Scott? Hey, Leute! Mein süßes, kleines Scotty-lein macht seit 2014 vollkommen freiwillig neue Fnachspiele in meinem Keller! Hab ich nicht recht, Scotty? Na ja, ähm... Du hast mich bedroht, also würde ich nicht unbedingt freiwillig sagen, weißt du... Scott? Muss ich den Meisterweber-Grill von nebenan wiederholen? Nein, Ma'am. Guter Junge! Warum hängen wir hier wie Fische im Netz, du drackige Billkratte?! Oh mein Gott, er hat mich eingesprucht! Ich wollte euren Segen für mein Traumprojekt, bevor ich Scotty zurück in den Keller schicke! Du hast gesagt, ne Fnaffi A wäre es vorbei! Dschungel-Camps, Gott! Jedenfalls, ich möchte, dass das nächste Dachspiel sich nur um mich dreht! Ich hab bereits alles geplant! Es wird ein riesiges Freddy-Fespier-Einkaufszentrum geben! Mit goldenen Freddy-Statuen und und... Das ist so unrealistisch! Nicht mal weg, dann ist es groß genug, um ne eigene Maul zu haben! Sei leise, Freddy! Aber das war ein Ja, richtig! Besser wär's, denn wenn nicht... Naja, in meinem Keller gibt es noch vier weitere Weber-Grills. Die Brontosauren sind nun bereit für den Akt der... Ich bin unschuldig! Ich verstecke mich vor wem! Ist es Sam Neill? Ist er nicht tot? Weiß nicht. Seid gegrüßt, Herausforderer! Da ist er! Ich hab Staub im Auge! Schweigvogel! Nun, Kätzchen! Ich fordere dich! Zu einem Rap-Battle! Ich hab's schon gesagt! Nein! Aber wieso? Bei der Macht des Raps, ich zwinge dich dazu! Bones! Kollegah! Zido! Bushido! Kontra K! AK außer Kontrolle! Haftbefehl! Ja, ich hab' ehrlich gesagt gedacht, er steht weiter hinten! Wollt ihr mal helfen? Komm her, mein Kleiner! Sie bleibt stehen! Genau! Gregory! Wir sind nicht länger in ihrer visuellen Reichweite! Ähm, bist du dir sicher, Freddy? Absolut, Gregory! Da bist du ja! Was? Wo bist du hin? Nur für Personal. Wie? Wer will Süßes? Schnell, Gregory. Du wurdest ertrappt. Ah, dieses Kind. Ich verstehe es nicht. Gregory, so unmöglich es gerade auch scheint. Ich glaube, wir können Chicas phänomenalen visuellen Fähigkeiten entkommen. Schockstarre. Gregory! Was? Wie? Gut gemacht, Superstar. Ja, das war total einfach. Oh yeah! Ich wollte schon immer mal ein Kind schlagen! Gregory, benutze deine Fastwatch, um zu sehen, wo wir sind. Okay. Wenn du auf deine Fastwatch siehst, kannst du sie benutzen, um Zugriff auf diese Fastcams zu bekommen. Klar, Freddy. Drücke E zum Abschluss deines Fast... Freddy, was so... Gregory, pass auf. Sie haben einen Fastbewegungssensor. Dann lass uns sicher gehen, dass wir nicht durchlaufen. Gregory, jemand hat gerade den Fastalarm aufgelöst. Schnee! Nutze deine Fastpasten, während du Fastshift drückst, um schneller zu sein. Freddy, was soll das? Gregory, es tut mir so leid. Das war der einzige Ausweg! Es tut mir so leid, Gregor... Gregory, ich habe eine Idee, wie wir entkommen können. Wie? Du solltest deine Fastarmor benutzen, um dich in diese Fastrutsche zu zwingen. Und dann benutze deine Fastbeine, um mit einem Fastkick die Fasttür zu durchbrechen. War's das? Nein. Da seid ihr ja! Soviel zum Thema Fasthilfe. Es tut mir so leid, Gregory. Lass uns gehen. Nutze die Maus, um in beide Richtungen zu schauen, während du die Faststaus... ... ... ... ... Koglico ist eine Farbe. Guten Morgen, meine Liebste! Was? Wo bin ich? Du bist im Circus Baby-Himmel! Ha! Oh, hallo Königin! Woo! Woo! Circus Baby! 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 Huh? Huh? Bishop? Manchmal überrascht mich meine eigene Intelligenz. Hihihi! Ich will zurück in mein Parabies! Haaah! Ausgerechnet jetzt versuchst du mal nützlich zu sein! Der bist mir sofort wieder zurück! Ah! Hah! Siehst du, wir fühlten dich mit? Nein! Ich zeig es dir! Aaaah! Freddy, was ist los? Freddy, was ist los? Ich weiß, dass er irgendwann wieder auftauchen wird! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte Bock auf ein geiles Stück Mafia-Torte! Ah! Wer ist Berliner? Wer ist Berliner? Aaaah! Aaaah! Nice! Ich nehme meinen menschlicher Preis! Drei, zwei, eins, los! Oh, Alex, ich werde mir den Gutschein holen! Sieh mich an, Alex! Alex, ist zu verschnell! Ich bin Alex! 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 Oh! hmm schnell rennt alle weg das ist sicher eine gute idee jaaa von dem 15 euro amazon gutschein kannst du dich schon für armschieben boris weil ich gewinn ihn ja nämlich pappalapapp tatsächlich halte ich den weltrekord als schnellster fuchs der welt und schnellster pirat der welt Wer sich so spät noch bewegt ist ganz schön doof, stimmt's Bonbon? Rede mit mir Bonbon! Komm schon junges Fräulein, ich kann dir sicher beim Lernen helfen! Scheint so, als wären nur noch wir zwei übrig! Ich hab genug Zeit! Ihr habt noch 10 Sekunden! Ich hab ein Problem! Haha, gewonnen! Cheetah entdeckt! Was? Du hast gegen mehrere Regeln verstoßen! Oder wie man auch sagt, Cheetah haben kurze Beine! Das Sprichwort geht komplett anders! Wer bekommt jetzt wohl den 15 Euro Amazon Gutschein? Ich? Hahaha! Hey Leute! Schaut mal her! Oh mein Gott! Die haben Lösegeld falsch geschrieben! Hahaha! Weiß dich zusammen! Wir müssen das Geld bezahlen! Hallo? Sie haben sich verschrieben! Hast du das Geld dabei? Äh, klar! Hey! Ich bin viel mehr Geld wert! Oh mein Gott! Was tust du? Was tust du? Oh mein Gott! Was tust du? Erhöht das Lösegeld! Ich bin langsam zu alt dafür! So ist es besser! Wir mussten extra einen Kredit aufnehmen! Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, meinen eigenen Wert zu kennen, ok? Verarscht! Verarscht! Hilfe! Ei? Boris! Da bist du ja, mein alter Freund! Komm Boris! Lass uns wieder nach Hause gehen, Boris! Boris? Ich bin nicht Boris, du Landratte! Ich bin Froxy! Puh! Boris, du gewiefter Schlinge! Netter Versuch! Deine süße Wolfsnase erkenne ich doch sofort! Nenn mich nicht Boris, du trauge nichts! Was willst du von mir? Heureka! Au! Verflucht! Warum bist du so wütend, Boris? Du mochtest den Heureka-Witz doch immer! Mein Kind in meinem ist gar nicht Boris! Weil ich es nicht bin! Du bist ein Witzball, Boris! Ich bin nicht Boris! Du bist lustig, Boris! Wenn du mich noch einmal Boris nennst, schlitz ich dich auch wie eine Makrele! Boris! Was? Nichts! Warum wird Zeit uns fehlen? Verschon mich! Es wird Zeit, nach Hause zu kommen, Boris! Bendy! Ich hab dir doch gesagt, dass du keine Tore beschwören sollst! Sauri! Dämon! So kennst du ja! Wenn du für dich erinnert! Also wenn du mir klar bist! Du bist wie ein König! Sof sie sie Congratulations! Sof sie mich mit deinem Auswand! Wenn du sicher bist! Oh! Sof sie! Sof sieh! Mike!